Ja, hallo an alle. Herzlich willkommen zu dem Webinar, das wir kurzfristig heute noch rausgeschrieben haben. Sophie Zillmann und Stefan Strumpf sind beide in der Leitung und sie hatten die Idee, uns so regelmäßig, vielleicht sogar jede Woche, einen kurzen Überblick zu geben, was sich gerade in dem Projekt mit C-Shireiser Channix hier tut. Und ich möchte gleich das Wort an Sophie übergeben. Danke, dass sie das Webinar für uns heute gestaltet. Guten Abend, alle, danke, hier sein dürfen. Wir haben ja durch unseren Motivations-Montags-Call festgestellt, dass wir ein bisschen alle anderen vernachlässigt haben, gerade während des Projektes Isogenics C-Shire. Und haben heute, dass es eine gute Idee ist, uns wöchentlich mit allen Mitgliedern auseinanderzusetzen. Das ist eine super Idee und das haben wir natürlich gleich umgesetzt. Und ich möchte ganz herzlichen Dank an alle, die sagen, die jetzt hier sind, so kurzfristig heute, kurz vor eurem anderen Call. Freut Stefan und mich sehr. Und ja, wir werden jede Woche, vielleicht sogar seitdem, wie die Nachrichten reinkommen, diese Calls machen, beziehungsweise bei Deutschen dann auf die deutschen Seiten setzen und per E-Mail rausschicken, dass ihr dort die Neuigkeiten habt, auch wenn man nicht beim Callen mit dabei ist. Das sind gute Neuigkeiten. Es gibt jede Woche immer mal was, aber noch nichts ist, aber an sich gute Neuigkeiten. Wir waren jetzt in der letzten, dem europäischen Hauptquartier von Isogenics. Das ist ja eine ganz große Firma, die wir zusammengeschlossen haben. Die ist ja ungefähr zehnmal so groß wie Sija, ein privat geführtes, ähnlich aufgebaut, wie es Sija ist, pflanzenbasierend, Naturrevolution, sehr viele Wissenschaftler und natürlich Dr. Joshua Plan in Monaten zu Isogenics gewechselt ist. Und die Gründe, warum Isogenics und Sija eine Partnerschaft abgeschlossen haben, ist, dass wir uns alle sehr gut kennen, weil wir die gleiche Mission haben. Dass wir das Leben von tausenden von Menschen Welt vereinfachen, verbessern möchten, aber den Menschen auch die Möglichkeit geben möchten, den Verkauf von Produkten, ein Geschäft aufzubauen. Und leider wollten von dem Ken Brails für die Kinder Network Marken machen. Der Ken hat viele andere Geschäfte und dort haben sie Freude gefunden. Und ja, Ken in seinen 80ern jetzt, wollte aber, bevor es uns gesundheitlich nicht so gut geht, sicherstellen, dass eine Partnerschaft mit einer Firma da ist, welchen Schätze trägt wie er. Und Isogenics ist hier der Partner. Klar, ist es zum Anfang immer ein bisschen beunruhigend, gerade zum neuen Jahr. Ja, aber jetzt, wo ich in der Lage war, mich mit den Amerikanern, aber auch hier in Europa, das Hauptquartier mir anzugucken, mehr Erfahrungen einbringen, freue ich mich wirklich sehr auf eine Zukunft mit euch und mit vielen Neuen. Und ich möchte heute einfach nur teilen, was ich alles kennengelernt habe zur Woche und was wir über die nächsten 1, 2, 3, 90 Tage dran werden oder erwarten können. Also, was wir wissen ist, ein privates Unternehmen ist ein sehr großes Unternehmen und wir haben die beschlossen aus drei Gründen. Zum einen haben wir die gleiche Kultur, zum anderen möchte Isogenics mehr internationale Märkte ihrem größeren Schirm haben, um mehr Leute weltweit einen besseren Rücksichtigen, aber auch die Produktlinien rund um Moringa und Mung mit in das Sortiment nehmen. Wer sich Isogenics schon mal ein bisschen angeguckt hat, hat bestimmt, dass sie sehr viel Weight Loss, also sehr viel Gewichtsverlust-Stories, sie sind sehr darauf aufgebaut, gerade im nordamerikanischen Markt, aber auch in Australien und hier in England sehr viel auf Gewichtverlust, Gewichtverlust. Und das ist auch ganz gut so, weil das sehr fette Nationen sind, aber es gibt ja auch Länder, die nicht so dick sind. Und das ist auch etwas, was Isogenics hat, dass man jetzt mehr oder weniger nicht nur die Gewichtsverluste und die Six-Packs-Produkte, nenne ich das, immer haben muss, sondern auch eine Produktreihe für Auslehrungen, für ein besseres Zuhause, für Kinder und so weiter. Und dadurch Sieger mit ins Spiel kommt. Über die letzten zwei bis drei Jahre hat man schon daran gearbeitet, verschiedene Produktlinien mit auf den Markt zu bringen. Die sind pflanzenbasierend, überwiegend noch auf dem amerikanischen Markt, aber es geht in die Richtung. Und die Partnerschaft mit Dr. Joshua Plan vor neun Monaten war schon ganz gezielt darin, dass hier eine große Veränderung in der Firma passiert. Und das ist die Veränderung über die nächsten drei bis fünf Jahre ganz gezielt, alle Produkte pflanzenbasierend auf den Markt zu bringen. Auch Produktreihen, die sie noch gar nicht haben. Und hier ist die Moringa, wir bieten aber auch die Mangustin-Produkte, die wir über die letzten zwei Jahre hinzugefügt haben, wichtig. Und zusammen wird das ein ganz großes Ding werden, denke ich. Also Jennings schon über die letzten 18 Jahre gemacht hat, in Deutschland in 14 Märkten mit gut im Durchschnitt 900 Millionen Dollar. Und jetzt noch unsere 100 bis 150 Millionen Dollar im Jahr von Mangustin-Produkten, welche nach wie vor von den Stoffen auf Platz 1 und 2 sind. Wenn man sich die Superfoods anguckt, wird sie sehen. Jennings als Firma hat enorme Ressourcen im Verkauf und im Marketing. Sie unterstützen die Partner aus international mit allen Tools, mit Videos, mit Roadshows, wie wir es in Deutschland ja letztes Jahr auch schon gehabt haben. Und das sind Sachen, die weiterhin bleiben. In der letzten Woche haben wir uns angeguckt, wie die nächsten 90 Tage 100 aussehen, aber auch schon das Ende des Jahres 2021, 2022. Und der Euro ist hier ein ganz wichtiges Thema für Isogenics und die Deutschsprache im Vordergrund als allererstes. Ja, Isogenics ist momentan in Spanien, Belgien, Niederlanden und England offiziell offen, aber hat schon Erfahrungen in anderen Märkten wie Portugal, Frankreich, auch schon ein bisschen Deutschland und Märkten gesammelt und arbeitet jetzt schon daran, alle Produkte im Deutschsprachigen zu registrieren. Ich habe heute Morgen daran gearbeitet, die Isogenics der Dr. Ute Marek zu analysieren. Das ist die Doktorin an der Kölner Liste, die mit der Kölner Liste zusammenarbeitet, weil wir dort unsere Produkte drauf haben. Das ist gut, ihre Produkte sind auch Anti-Doping-zertifiziert, aber hier in England und in Belgien und natürlich in der Region so wichtig ist. Für dieses Jahr und nächstes Jahr haben wir gleich jetzt hier den Auftakt und die Isogenics-Produkte jetzt in die Analyse gegeben, damit die auch auf der Kölner Liste stehen. Ihr werdet also, wie ihr das ja hören könnt bei mir, über die nächsten Wochen mehr erfahren, welche Sija-Produkte denn im Sortiment bleiben. Wir haben ja schon immer gesagt, die Top-Seller bleiben und die bleiben definitiv. Ihr wisst, welches eigentlich das sind. Ich sage das ja immer wieder, dass 90% sind Supermix und XM+, der Tee und die Proteine, aber auch der Mangostinsaft. Das sind so alles 90% Produkte, die auch im Autoship sind. Das sind die Produkte, mit denen ihr mehr oder weniger euer Geld verdient. Und es gibt natürlich Produkte, die auch sehr schön sind und die werde ich irgendwann in neun Monaten oder einem Jahr vermissen. Also ich meine, ich liebe die Öle, die sind bei mir jeden Tag hier im Haus an. Ich liebe die Kosmetik-Linie. Das sind Produkte, wo ich nicht versprechen kann, dass die bleiben, weil sie einfach nicht bei jedem im Autoship sind. Das sind Produkte, mit denen unsere Partner Geld verdienen. Aber es sind Produkte, die in WAPA-Icegenics sehr stark momentan unter die Lupe genommen worden sind. Und weil es Produkte sind, die wiederum Türen öffnen. Und es sind Produkte, die man leicht mit dazu nehmen kann. Wenn man sich Icegenics in den USA anmacht, dass es dort auch ätherische Öle gibt. Man sieht, dass es dort auch ein Duschbad gibt und ein Shampoo und Conditioner und so weiter. Also das sind alles Sachen, die es dort gibt und mit denen sie experimentieren. Aber ähnlich wie bei Sija herausfinden, dass es doch dann wieder immer nur so diese 6 bis 10, manchmal auch 11 oder 12 Produkte sind, die alle bestellen und wieder bestellen. Und hier müssen wir jetzt einfach mal gucken, über die nächsten 90 bis 180 Tagen, was übernehmen wir mit Icegenics und was fällt langsam raus. Aber wir haben so viele Produkte bei uns in Europa im Sortiment, dass die nächsten Monate erstmal gar nichts passiert. Also eure ganzen Top-Produkte, XM+, Pflanzenprotein, Prime, Triotic, der Saft, das XM3, das sind alles Produkte, die da bleiben. Und das sind auch alles Produkte, die momentan die Rechtsabteilung in Europa schon unter die Lupe genommen hat und anfängt zu registrieren. Wo jetzt schon dran sind, Packungen zu ändern und ein Projekt, über das wir ja im Frankfurter Projekt auch der Produkte und Produktverpackungen für den deutschsprachigen machen. Und das allererste, was die Marketingabteilung gesagt hat, ist, naja, von den vier Produkten, also der Supermix, das XM+, der T und das Prime, kaufen wir so viel in der deutschsprachigen Grund, naja, dann machen wir gleich deutsche Verpackungen draus. Und das sind, wenn man dann eine Firma hat, die 150 Millionen im Jahr macht, global über 56 Ländern, im Vergleich zu einer Firma, die 900 Millionen im Jahr macht, in 14 Ländern ganz andere Ressourcen. Und solche Sachen motivieren mich. Die Freude, dass wir jetzt mit dem nächsten Schwung der Produkte und der Integration mit Isagenix gleich mal zwei, drei Phasen überspringen, die wir bei Siju einfach noch nicht möglich machen. Also die Produkte bleiben alle. Übrigens lieben alle unsere Produkte. Ich war bei Isagenix und in den Acht-Stunden-Meeting haben alle nur an dem Plan Protein gehabt, haben nur am XM+, geschlürft, hatten das Hydrate da. Also die lieben die Produkte und ich denke, sehr, sehr, sehr viele Produkte werden von denen bleiben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bei den Ölen und auch bei der Pflegeserie, die es ein bisschen hapern wird und ich vorschlage, dass in Wochen ihr mehr auf die Moringa Mangostin-Reihe geht, Nutritional Pack, was wir haben für die 150 PV, was man als Einstiegerpaket nehmen kann, ablassen kann. Aber auch unser Energiepaket funktioniert hier sehr gut oder man kann sich das stellen. Nun habe ich auch die Möglichkeit gehabt, die Isagenix-Produkte selbst schon ein bisschen zu holen. Und einige finde ich sehr gut, andere, da gucke ich gerade noch so, wie ich empfinde, aber wir sind ja sehr verwöhnt mit Sieger. Das muss man ja ganz erlabern. Ich als Sportler habe dann gleich mal angefangen, die Fitness-Reihe zu probieren. Die Fitness-Reihe bei Isagenix heißt Amt und die ist auch Anti-Doping. Isagenix hat ganz viele Sportler bei sich im Team. Es wird jetzt im März ein Projekt herauskommen, das heißt Team-Eisagenix. Und das ist ganz speziell für Athleten aufgebaut, wo Isagenix, Hilfsportlern, Teamsportlern, aber auch Nachwuchssportlern und Kinder und Jugend mit in die Programme zu nehmen und dort direkt Produkte zur Unterstützung zu geben für Nachwuchssportler oder Profisportler, auch Finanzungen zu geben. Also ähnlich, was wir ja auch machen mit einigen von unseren Sportlern in Österreich, im Verein und auch mit den Golfern, das wird von Isagenix übernommen. Die haben sich in den Sportler angeguckt, alle die Leute, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und die werden alle so übernommen und haben. Wir werden eine Fusion übernehmen, wo sich natürlich über die nächsten drei Produkte beibehält. Und dann werden wir ganz langsam, wenn es jetzt zum Beispiel ein Fistiksprodukt geht, was eventuell nicht so bestehen bleibt in sechs, neun Monaten, dann ganz langsam von Isagenix einige Produkte mit ins Sortiment zu nehmen und dann auch machen. Aber hier auch ganz stark unsere Sportler nutzen als Sprungbrett, damit die es und dann als Werbung gleich hier mit uns dann im Feld helfen können, zu vermarkten. Aber wie gesagt, ich habe die probiert. Ich finde die ganz lecker. Ich finde, die funktionieren auch. Also die geben mir sehr gute Elektrolyte während des Radlens. Aber auch spielend, ich habe jetzt heute zum Frühsport mal so einen E-Shot genommen. Das ist ein Energy Drink, den man ganz schnell mit zwei Schlucken hinterschluckt. Der hat gut, ich bin ganz sicher, ich habe schnell geradelt heute Morgen. Aber wie gesagt, wir haben auch den Sprint. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wir werden einige Team mit bestimmten Punktanzahlen schon nochmal extra kommen. Ihr habt ja vielleicht beim Gerhard und bei der Martina schon gesehen, dass es einige Produkte zum Problem gibt. Jetzt haben viele andere Teams schon die Schwelle überreicht. Punkte mehr, die bekommen ein volles Pack. Dann diejenigen mit 50 mehr bekommen schon mal ein paar Zahnwoche. pushen wir heraus, dass alle die Sprint-Teams, die 25 Punkte haben, auch jeder ein paar Samples bekommen, dass ihr hier schon mal ein bisschen probiert und sehen könnt, was denn so schmeckt. Also die Proteinshakes, die kommen oder auch nicht. Die pflanzenbasierenden sind diejenigen, die wir zuerst auf den Markt rausbringen. Die kommen in Vanille, in Schoko und in Erdbeer. Erdbeer ist ganz lecker. Und dann, wie gesagt, die M-Dryer, aber auch einige von den anderen Regeln. Dann haben sie etwas Supermix, aber nicht ganz so gut. Das ist mehr so, das heißt Greens. Und das, ja, das ist so der tägliche Bedarf an, ich sage mal, Gemüse und Oben. Und das ist ein Produkt, aber wenn man es mit dem Supermix vergleicht, wo wirklich das Moringa drin ist, oder dann im X und Plus auch der Grüntee und das Ginseng, dann haben wir dann ein besseres Produkt. Aber deshalb machen wir ja die Partnerschaft, damit unser Supermix dafür dann reinkommt und das übernehmen kann. Das sind so ein paar Sachen hier. Also wie gesagt, die Chormoringa-Produkte und auch das Mangel bleibt alles bestehen. Da kann man ruhig weitermachen. Das sind ja eure Lieblingsprodukte. Bei den anderen Sachen könnte ich euch wöchentlich auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, wir haben die Produkte. Also wenn jetzt unbedingt jemand für die nächsten zehn Jahre Öl, das ist möglich, ihr könnt die gerne einkaufen, meldet euch bei uns, werden wir weitersehen. Die IT-Abteilung ist momentan daran, den für Güten zu setzen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Also ich denke, da werden wir über die nächsten sechs keine Veränderung sehen. Aber was man jetzt natürlich schon machen kann über die nächsten Wochen, ist sich darauf vorbereiten, was dann kommt. Und das, was kommt, das ist wirklich gut. Also das ist ganz, ganz besonders, sogar mehr als die Produkte. Und zwar ist es nach wie vor ein Mütungsplan. Also daran ändert sich nichts. Wir bauen links und rechts auf und wir versuchen gleichmäßig. Was mich aber freut, ist, dass es am vorderen Ende, also bei den einen mehr ausbezahlt, im mittleren Ende, im mittleren Feld mehr Boni gibt und dann im höheren Führungskräfteniveau stabilere Boni gibt. Und ich gerechne mit denjenigen, die immer, also wir haben ja primär 20 und vergleiche ich das einfach mal damit. Also für diejenigen, die immer so zwischen 10 und 20 haben, jeden Monat, also entweder primär 20 schaffen oder vielleicht auch mal kurz davor sind, diejenigen werden im Durchschnitt um die 25 Prozent mit den gleichen Aktivitäten. Also das kann man sich schon gut angucken. Diejenigen, die aber bei 20, 30 oder vielleicht sogar höher sind, die mehr zum Elite 40 gehören, da sind es dann schon mehr 60 Prozent. Das ist wirklich viel. Also wenn man sich das Woche zu Woche anguckt und dann im Monat, sind das ganz andere Verdienste. Und was mich auffreut ist, dass man beim, da gibt es ein Level, das heißt Consultant Level, wo man mehr links und rechts jeweils seine persönlich Eingeschriebenen hat und die haben wieder ihre persönlich eingeschrieben. Da hat man gar keine großen Ränge. Das kann man schaffen innerhalb von zwei bis drei Monaten. Aber nur mit dem ersten Stadium vom Vergütungsplan kann man dort Millionär werden, hat mir der Verkaufsdirektor gesagt. Habe ich nicht geglaubt. Nur mit dem ersten Level kann ich wie viel verdienen. Und der hat mir dann das Backoffice aufgemacht und der hat mir gezeigt, dass es dort Leute gibt, die sind und haben schon in ihren Isagenics Jahren eine Million Dollar verdient. Und man muss also nicht, ich sage jetzt nicht, dass der CJ-Vergütungsplan schlecht ist, wir haben einen sehr guten Vergütungsplan, aber wir haben limitierte Ränge und man muss einen bestimmten Rang erreichen, um die nächste Schwelle anzugehen. Und das gibt es bei Isagenics nicht. Die Limitierungen sind alle heraus und es ist Reihenverlauf nach oben. Und diejenigen, die aktiv monatlich aufbauen, die dabei sind, duplizieren, wie wir das bei Primär 20 und I40 auch machen, jeden Monat, haben wir definitiv eine Verbesserung in der Zukunft. Nun würde ich mir wünschen, dass das Gleichbereiche alle gerade sehr gut alle mit dabei sind, gerade zum Anfang des Jahres. Wir pushen ja durch, wir haben den Success-Trip, der Ende März stattfindet. Wir haben den Top-10-Trip, der im I40 statt, aber die Trips werden dann schon kombiniert mit Isagenics, da lernt ihr dann schon noch ein paar an. Und dann bereiten wir uns definitiv auf Mallorca vor. Das kann natürlich sein, dass es ein anderes Land wird, aber an sich der Trip, der findet statt. Man sollte alle Mallorca schön finden, aber dann haben sie gesagt, vielleicht kommen wir auch nach Thailand oder vielleicht können wir nach Afrika. Und ich habe gesagt, naja, egal wohin, Hauptsache wir fahren, weil wir haben versprochen, es wird ein Trip, der nicht mehr nach England geht. Und das behalte ich an ins Warme. Und das bleibt bestehen, aber es wird bestehen bleiben. Und die freuen sich alle super. Diejenigen von euch, die beim Success-Trip auch mit dabei sind im März, und ich habe heute ordentlich geplant, die Flüge sind gebucht die Woche und wir haben ein paar geplant über die drei Tage. Und ihr werdet auch sehen, dass nächste Woche, übernächste Woche, wir schon anfangen, euch mehr und mehr zu integrieren mit der Isagenics-Familie. In Isagenics gibt es zum Beispiel eine Ernährungswissenschaftlerin, die ist voll angestellt in Europa, die ist den ganzen Tag nur dafür verantwortlich, den Partnern zu erklären, wie denn die Produkte funktionieren, was denn in den Produkten, wie man die Produkte kombinieren kann, warum sind die Produkte wichtig, und welche Produkte muss man dann nehmen, wenn man das Gewicht beibehalten möchte, und so weiter, und wie man hertauscht. Solche Sachen waren wir einfach bei Sie schon in der Lage zu haben, und das gibt euch so viel mehr Vorteile. Ich freue, was passiert. Stefan und ich sind definitiv in der Zukunft mit dabei, also ihr müsst das mit uns aushalten und uns bei den Events sehen, aber wir fangen jetzt wirklich aktiv, was dann auch über den Sommer passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört, wir haben uns darüber unterhalten, eine Sommertour zu machen, ähnlich wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, Diensten Städte anfahren und einfach euch alle besuchen kommen und dabei helfen, lokalen Teams aufzubauen. Das findet auch alles statt. Wir wissen noch nicht das Genaue, aber über die nächsten zwei, drei Wochen wissen wir das definitiv. Wir arbeiten gerade mit Gerhard Wolfgang, allein, mit mir und Stefan, wir arbeiten gerade alle zusammen, um zu gucken, welche Daten und welche Städte wir anfahren wollen, aber das wird auch wieder alles stattfinden. Das ist wirklich eine gute Zeit. Und Stefan und ich sind hier für euch. Ihr könnt uns jederzeit anschreiben, wenn ihr separat noch mal Telefonate haben möchtet oder mit kleineren Gruppen, dann lasst uns das wissen. Dann sind wir hier für euch und ansonsten haben wir uns es ganz fest und versprechen euch, dass wir jede Woche jetzt ein kleines Update zu euch schicken, die Antworten habt zu den ganzen Fragen, die ihr jetzt geemailt habt beziehungsweise dem Gerhard habt. Und ich weiß, dass über die nächsten zwei, drei Wochen es noch ein bisschen hoch und runter geht und noch viele Nachrichten da sind, die ihr vielleicht hören möchtet. Aber was ich euch sagen kann, ist, Europa bestehen bleibt, dass die Deutschsprachregion ganz stark aufgebaut wird. Kölner Liste zusammenarbeiten, wir mit der Network Karriere zusammenarbeiten, schon neue Artikel über Führungskraft, über die Fusion mit Isagenics, dass es viele tolle Events geben wird. Und das, was wir geplant haben, also die Sprints, die Success Trips, die Top 10 Trips, die Rang-Erreichungsboni, die wir ja haben, das ist alles bestehend und das ist vorbei. Das sind so die Neuigkeiten heute. Und ich habe morgen das President's Day in den USA, also passiert heute nicht viel. Warte mal, weißt du schon ab, zu welchen Gleitze Sieger Summit geplant ist? Die Summit Josie, die Isagenics durchführt, ist auch in Utah, aber zwei Wochen vorher. Wer die Tickets für die Salt Lake City Summit für Sieger gekauft haben, bekommen die Tickets für die Isagenics Summit automatisch ausgestellt. Wer zwei Wochen reisen kann, bekommt sein Geld zurück, ohne Probleme. Aber es findet eine riesige, ich glaube ungefähr 12.000 Leute sind schon angemeldet für die Summit und ich schicke euch dazu Links. Man kann sich anmelden, wie gesagt, Problem aber zwei Wochen vorher, aber gleicher Ort und alles. Stefan und ich jetzt nur noch, wir haben zu eurem Team-Call, Stefan und ich haben auch einen Fragen- und Antworten-Bogen zusammengeschleißt, schicken wir morgen per E-Mail an alle raus, stellen es auch in die deutschen Gruppen, dann könnt ihr das gerne benutzen. Über die nächsten zwei Tage habe ich viele Telefonkonferenzen wieder mit den USA und sobald wir Neuigkeiten haben, schicken wir das rüber, aber wir werden uns definitiv jetzt jede Woche wenigstens einmal kurz hören, ein Update geben können beziehungsweise können wir den Call dann auch, wenn wir mehr Zeit haben, im nächsten Call aufmachen und ihr könnt gerne Fragen stellen. Für jetzt wünsche ich euch alles Gute für den nächsten Call, euren Montagscall und Fragen könnt ihr gerne an Stefan und mich schicken per Messer oder E-Mail und wir haben die beantwortet innerhalb der nächsten 24 Stunden. Vielen Dank an Sophie, auch Stefan, schön, dass du da dabei warst. Ich freue mich, dass ihr uns da auf dem Laufenden hält. Ich habe in den Chat jetzt noch reingeschrieben, ich habe eine Seite gefunden, wo Isagenix jetzt schon auf 2020 auf diese große Veranstaltung in Salt Lake City hinweist und kann sich jeder auch in Google finden, braucht man nur eingeben, Summit 2020, Isagenix, da sieht man, dass es dort schon die Woche und die Tage runter zählt. Es ist vom 15. bis 18. Juli. Man kann auch jetzt schon Tickets dafür kaufen und ja, ich bin mir sicher, da werden einige dabei sein und vielleicht schon in ganz schönen Ringen und mit großartigem Team. Ich glaube, wir haben jetzt gerade gehört, dass es Zeit ist, wirklich Gas zu geben und sage jetzt einmal Danke für die erste Information. So, ich werde jetzt trotzdem dieses Meeting einmal beenden und jeder, der jetzt für den üblichen 20, 30 Uhr Call dabei sein will, wo es darum geht, entscheidend ist nicht, was du bist, sondern was du daraus machst und wo du hin willst, da wird es jetzt dazu gehen. Ich steige nur einmal aus, dass wir die Meetings unabhängig voneinander aufgenommen haben und dass es zwei unabhängige Aufzeichnungen gibt. Danke, dass ihr dabei wart oder vielleicht gleich jetzt noch einmal einsteigt und dabei seid, wenn es um das Thema geht, wie könnt ihr mehr aus dem Ganzen machen. Danke und tschüss. Danke, Gerd. Dankeschön, viel Erfolg. Danke. Danke.